Thürnberger Ja, das war ein schwerer Fehler und 1 zu 0 durch Torstensson, schwerer Fehler von St. Mihai. Torstensson bringt Bayern München in der 64. Minute mit 1 zu 0 in Führung, nachdem Tormann St. Mihai eine Flanke von Thürnberger völlig falsch berechnet hat. Keine Mühe für Torstensson einzuschießen, also 1 zu 0 für Bayern München jetzt hier im Nebstadion. Dann versagen die Ungarn heute hier im Nebstadion. Kellner Und Tor Tor, herrlich eingeleitet von der Nummer 4, von Kellner und wunderbar vollzogen von der Nummer 10, von Fasekas. Fasekas gleicht also in der 82. Spielminute aus. 1 zu 1 hier im Nebstadion. 1 zu 1. 1 zu 1. 3 zu 1. Vielen Dank.